Und, so, wir sind inzwischen weiter. Schaut, wie hat unseren lieben Typ da? Wieso will ich gerade Telekinese haben? Wofür? Die Zombies rumwerfen, wäre doch mal mega cool. Get Space Like, oder was? Nahkampfwaffe, Baseballschläger, Magnum. Oh Gott. Oh, Jockey. Oh Gott. Da ist ein Smoker. Tich. Get Magnum Pistol. Nein, war ich nicht. Ja, renn halt mitten rein. Ja, warum nicht? Hat doch geklappt, oder? Beschwerst du die Späte aber nicht über Teamkill, ja? Oh. Oh, ich hab ne Adrenalinspritze. Ich hab gar nichts. Da, hast ne Adrenalinspritze. Ich muss mir noch ne Adrenalin-Junkie spielen. Im Moment aber nur Need auf Spritze und so. Komm schon. Loser. Schauty, wir müssen nur zusammenbleiben. Ich glaub, Schauty hat das Spiel bisher nur im Singleplayer gespielt. Da hinten liegt noch. Meins. So. Oh Gott, da ist jemand. Ja, wenn drei Leute die Tür aufmachen. Schätzungsweise gibt sie auf. Auf, zu auf. Oh Gott, Leute. Duft euch doch mal da vorne. Leute, hier vorne keine Türen mehr öffnen, ne? Hier ist Feuer und so. Warte, warte, warte. Ich hör wieder Boomer Kotte raus. Ah, ich auch. Hier Shorty 23 bis First Aid, das bestimmt nicht. Wuh. Ich hab für die Brenne aufgeschossen. Hier ist Chainsaw. Leute, hier ist Chainsaw. Wer will Chainsaw? Ich hab ein Samurai-Swert. Katana. Oh Gott. Stell dich am besten nicht vor, den Hunter ist unklug. Ja, wie und du hast den Kild dafür abgestaubt? Was gibt's denn da? Alter, ich weiß nicht. Hier liegt Adrie. Scheiß Kack-Render. Wow. Okay, ähm. Das wäre jetzt mal ein bisschen scheiße. Ich hab Pillen gefunden. Oh Leute. Ja, ich brauch keinen. Nimm mal am besten der... Shorty. Du zum Beispiel. Shorty, du hast nämlich schein auch kein Heal-Pad mehr. Ja, aber dann kann man sich ja nicht selbst überleben, oder? Na und? Das nehmen wir dann auch, wenn du stirbst. Ja, Fred killt Charger. Hier ist noch einer. Warte, noch einer? Warte mal, dann heal ich mich und nehm den mit. Katana ultra cool, aber es ist halt total sinnlos. Wieso? Das bockt sich übel. Ja. Ja, das Problem ist, wenn du keine andere Waffe hast. Sorry. Ich geh mega daraufhin geschossen. Ist doch egal, ey. Hört auf, aufeinander zu schießen. Okay, wir callen ihn Coach. Jump, 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 jump. Blarok. So. Das hast du springen, ist mega buggy. Na, wieso? Das ist doch in Wirklichkeit... Na, okay, in Wirklichkeit ist das nicht so übel, aber... Ich wollte gerade sagen, also da wird die ziemlich runtergehauen. Oh, nö. Demo alertet die Menge. Warte, ich stehe vorne. Ja, schau, die bückt sich erst mal. Ja, bückt mich. Problem damit, Fred? Geh es doch drauf, gibst du. Ja, schon. Alter, erst mal... Ich hätte mir an eurer Stelle nochmal nachgeholt. Na, das passt schon aus dem Blick hier ja noch. Munition. Oh, und da klingelt mein Telefon. So, ich habe jetzt dafür das Katana. Jetzt wartet doch mal auf mich. Leute, wo seid ihr hin? In die Feuerküche, oder? Liebe Ränder. Ich will vor. Ich habe Katana. Ich muss mich gerade mal kurz heilen. Ja, ich wollte vor. Leute, danke. Muchos gracias, Demo. Nein, bitte! Boomer-Kotze einfach in die Menge ähnliche Feuer rein, am besten. Fred, du weißt ja, du meinest, oder? Ich habe keinen Boomer-Kotze. Wer hatte da? Ach, ich war es nicht. Boomer irgendwo... Splitter, Splitter. Nein, das morgen haben wir nicht. Nein! Na gut, was ist das? Ja, ja, ich kann das ja vergeben. Ja, das passt schon. Schaut hier, was wird das? Ich habe Boomer-Kotze. Sie lag da vorne recht am Rand. Boomer. Ja, Boomer im Safe-Room. Finde ich ja geil. Warte. Nö. Vergiss das. Nein, nein. Ich will... Ich will... ... dies. Nein, ich will... Ich will... ... dies. ... dies? Nein, ich will dies. Boah, epische Sache. Wir sind die Kings der Welt. Ja, wir sind die Kings der Welt. Ja, ich habe nichts getötet. Ich habe mal rein gar nichts getötet. Oh Gott, er ist voll der Pro. Das ist auch Demo. Millie-Fighter. Ja, null Millie. Obwohl ich Katana habe. Egal, was soll's. Ich habe auch Katana gehabt. Aber ich bin dann mega Amor gelaufen. Drei Kills und so. Ja, most infected. Fünf. Drei. So. General Defense. Was? Achso. Brandmunition lässt ihr Ziel in Flammen offen. Adrenalin gives you a temporary energy boost and makes you easier to... ... was auch immer. Ich übersetz das gerade. Achso. Damit unsere... Lasergesichter tun irgendwas besser machen. Adrenalin gibt ihnen einen Energieschub, sodass es beispielsweise einfacher ist, ihn durch eine Meute zu pressen. Wow. Ja, komm, wir erst. Ich halt einfach auf. Yo, ich bin im Ladebildschirm. Endlich. Ich weiß nicht, was im Moment mit meinem PC los ist. Komm, wir haben Störbein, Headshot. Fürs Erste. Hier vorne eine Baumbluse. Demo? Wo bist du? Ja. Ich brain auf keinem Ladebildschirm. Aber halt echt. Demo ist sowas von Goethe. Das ist es, Shorty. Willst du mal einen Headshot geben? Nein, Spaß. Eins ist noch übrig, oder was? Ja. Also, Shorty, bist unge... Ich mag diese Meppen nicht. Ich bleib hier drin. Ich hab geschlafen. Okay, wir haben wie... Idle. Was zur hell ist Idle? Bist du ein automatischer Shotgun? Nein. Keine von denen ist eine automatische Shotgun. Bist du etwas, was ich haben will? Hm. Ich sag ja. Aber ich will... Moment, ich will erst was trinken. Dann trink du noch was. Wir töten in der Zeit. Nee, ich mein In-Game. Fred, bück dich. Fred, bück dich. Klasse. Zombies sind Schutzanzug. Hm. Marktkampf, was für den? Baseballschläger! Oh, immer diese Typen von hinten, ne? Oh, sorry. Wie geht's? Darauf spielst du aber doch Drehs oder nicht? Ja, aber nicht, wenn Frauen von hinten kommen. Warum? Wie geht's? Lass dir Robben im Garten. Was? Wo ist ich denn? Oh! Legs und Arschkekse. Ganz ehrlich. Pass auf, ich muss halt neben dir aufplatzen. Hier drin ist Chainsaw. Hier drin ist ne Chainsaw. Ja, kommt ihr mal hier im Guma. Achso, die hauen sich dann ja selber. Toiletten kann man übrigens nicht aufmachen. Ah! Sorry. Oh Gott. Ja, also Hunter. So, jetzt gibt es Chainsaw Action. Nnennennennennam. Ich habe mir das zur Bedürfnis nachzuladen. Oh, wie so ist der Schwarte schneller als ich? Das gibt so nicht. Kein Schwarte darf schneller sein als ich. Ja 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 Ich find's ja lustig, dass ihr immer erst schießen und dann fragt. so will die man mal sagen exe sind langweilig, ich hatte Chainsaw lass mich mal vorbei hier ja, don't attack teammates wo I wanna Chainsaw somebody ei, äh die Witch nicht wo boh boh musste sein ich hab fast den Witch getötet boh right hey gleich, ich muss noch gleich von hinten kommen, weil ich mich erinnere Oh Gott! ich hab die Witch überhaupt nicht gesehen get up, get up, get up ich hab dir gesagt recht, dass die Witch getötet hat ich hab überhaupt recht, dass du dich gesagt oh hörst du in der Aufnahme? na gut, mach ich geh dann ich hab die Witch getötet ich hab die Witch getötet und ich nicht nein Hey Leute, kommst ihr mal, ich glaub ich bin gleich tot. Ist auch okay Momo, schießt ihr halt von den Schädel aus. Gott. Oh Gott, da oben ist, äh da hinten ist er immer noch ins Bitter, ne? Jo. Hey Leute, ich hab mir drei fast tot. Also pass auf, du darfst keinen Schaden mehr bekommen. Hä, warum? Weil du, der eben ein bisschen die einzelnen HP von uns hat. Ja, jetzt auch der DJ Vogel noch was. Mach dir darum keine Sorgen, lass mich nachladen und dann geht das. Ich dachte gar eben irgendwie das wäre ein Hunter, deswegen war ich etwas panisch. So, jetzt, jetzt bin ich auch wieder da, nachdem ich mich gechillt habe. Du hast das Gefühl, dass gleich nochmal hier ein Hunter oder ein Jockey lang kommen wird. Ich glaub, ich bin mir übrigens auch nicht sicher, ob ich den Spitter gekillt habe, ne? Warum hab ich immer das Gefühl, dass genau mein Charakter immer am Rauchen ist? Haha. Jockey. Ja, Jockey on me. Und von hinten kommt ne ganze Horde. Ich glaub, wir sind die ersten Vollidioten, die das wirklich auf, äh, auf Advanced-Hart spielen und deswegen schlecht sind. Ja, ich glaub, wir sind die ersten Vollidioten, die das wirklich auf der höchsten Stufe sind. Ja, ich glaub, der Spieler ist auf der höchsten Stufe. Nein, tun wir nicht. Ich hab doch vorhin ein Vote gestaltet, dass es schlechter wird. Ach so. Ich glaub, der Spieler ist auf Experte durch. Mach ich doch nicht. Boah, wer hat denn hier schon wieder gefurrt? Aka, Aka, Aka. Meine. Woa. Oh Gott, hier ist die, hier ist die, äh, Aka. Hey, hier ist die automatische Shotgun. Ääääää, hier reinzuschricken. Wieso? Hä, wir müssen eigentlich da durch, aber irgendjemand war klug und hat da einen Molotow hingeworfen. Ah, sehe ich fast nur. Pass auf, von hinten steht, von hinten, von hinten. Auf, wenn es deine Living-Seite ist. Ähm, ja, da kommen aber trotzdem alle her. Und es sind Frauen. Ja, und wenn es nötig ist, erschieße ich auch Kinder. Das ist wirklich das, worauf ich noch warte, hey, Kinder in Left 4. Das ist richtig übel. Ähm, Shorty, komm mal runter, ich hab Schmerzpill für dich. Ja, wäre ganz nett. Do you have a microphone, DJ? Nice, you're on YouTube. We record this with Fraps. Ne, jetzt ist er erstmal flasht. Oh Gott, Molotow. Und irgendwas schießt mich die ganze Zeit von hinten an. Ey, ey, Smoker, Smoker! Wo denn? Da oben war einer. Den hol ich mir. Der hat mich gar noch angezogen. Der hat mich gar nicht gut mit mir. Oh Gott, in coming! Ah! Will you cut that shit out? Oh, am I covering it? Der hat mich gar nicht geckert. Ich habe es gemerkt, glaube ich. Danke.